Let's go Zaubertausch! Jaja, einer von vier, aber zwei waren auch nicht fair. Der ist oben ein Gestein, das ist wild. Ich dachte mir, der wäre Drache-Gestein. Echt? Keine Ahnung. Hab jetzt nicht so laut aufgeachtet. Baluis hat andere Typen. Ja, meine haben Sondertypen, das ist extra für mich. Oh nein! Es ist Saftkorn-Pflanze, weil es grün ist. Ist dran, ich find keine Traits. Oh, Cedric, das sollte an Katze gehen, oder? Ich schick's Katze. Hast du einen Kapador bekommen? Es ist halt einfach ein Kekleon! Also, das ist kein Kekleon, aber... Jaja, jaja. Ich bin unzufrieden mit dem Puff-Pull, die dieses Pokémon hat. Ach schön, jetzt hab ich schon backen. Wieder! Okay, nehm ich. Jetzt. Zehnmal drücken auf Y und dann geht's. Auch interessant. Bist du in der falschen Stadt? Hast du vergessen, den Snom-Nom zu streicheln? Ich überlege gerade, was das noch der Grund sein könnte. So, sind wir ready? Mensch... Zuford, sofort, sofort. Was machen wir denn da immer so lang? Das ist ein Spanien. Ja, wir brauchen einen neuen Switch für Miri. Und für Klappe, hat er sich noch 100? Ich will sicher nichts mit der Switch zu tun haben, Baloui. Soll ich das Kapador mitnehmen? Soll ich bin ready? Nee. Ja. Baloui? Die implementieren nochmal das... Nee! Na gut. Ich nehme alle drei mit. Aber wir müssen relativ schnell machen. Ich starte gleich mit dem Banger, ne? Ja, mach das so wie Katze. Der sei der Start mit dem Banger und holt Kapador raus. Ja, ja. Das ist so mein Plan. Ja. Let's go! Ich weiß nicht, wie das mit den Fähigkeiten bei Pokémon aussieht. Ich bin ein Keck. Ich jag die nur, damit die anders aussehen. Und wir haben verloren. Ich habe dasselbe Pokémon in einer anderen Farbe. Krass. Ja. Also, ich hätte Kratzer. Okay. Wow. Also, es war bald... Hast du mir gesagt, wir fangen mit Banger an? Ja. Hast du halt irgendwie nie aufgepasst? Ja. Guck mal, Baloui. Oh, süß. Oh, süß. Fein. Guck mal, Baloui. Au. Au. Hier, ich senke auch euren Angriff. Ha. Aber bei beiden. Guck mal, Jungs und Mädels. Hier. Steinchen. Oh. Imagine Stein auf Stahl. Mich würde interessieren, ich meine, das macht sehr viel Schaden und ich habe Steppen. Ich sollte weiter darauf tragen. Er tankt halt viel, der Brokkolos, ne? Nee. Oh. Tschüss. Oh, das ist auch okay für mich. Auch wild. Ach, jetzt hör doch mal auf, Galoui. Diese kullern den Augen. Wer kann denen eine Metallklaue ausschlagen? Oh, das ist eine Frechheit. Brüll, brüll. Ich mach keinen Schaden mehr. Brüll, brüll. Ich finde das gut. Zwei, die angreifen und zwei, die Statuswerte senken. So muss das. Aber Heula ist dahingehend okay. Das stimmt. Ich würde sagen, wir versuchen auszutauschen. Oder ich versuche auszutauschen. Steig. Ich tausche nicht aus. Okay, ich tausche aus. Ich habe noch ein Affenärmel. Aber dafür müssen wir im Vorzeige sein. Er ist angespannt. Oh nein. Das Relaxo ist halt ein Problem. Und das Relaxo wird auch gleich ziemlich viel weg nuken. Miri war bäh. Bäh, bäh. Mir da wenigstens nicht, ob Aluni aus der Box tradet die ganze Zeit. Wo haben wir armes Wild? Warum? Das macht gar keinen Schaden. Und warum greifst du den Vogel mit der Kampfattacke an? Eventuell, Miri, habe ich davor den Stahl-Pokémon damit angehoben. Ja, 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 ja. Das war einfach zu extrem, mein Mindgame, wo ich gesagt habe, ich wechsle aus. Ja, das war schon... Das war ihm zu wieder. Aber mein kleiner Affe erledigt das. Ich gleich das aus, was Balui nicht kann mit Heula. Also ich habe übrigens den gleichen Termin wie Dalu, wenn ich mich nicht ganz täusche gleich. Ja, ja, dann wechsle halt nicht aus. Stehe dein Pokémon. Du hast doch ausgewechselt zuerst. Ich versuche hier gerade mit meinem Ding das Pacing zu verändern. Wow. Ich versuche hier das Ding platt zu machen, damit dies nicht mehr mein Damage runternimmt, weil ich gegen Tanks mit gesenkten Damage noch viel, viel länger brauche. Das ist so ein geiler Angelegenheit. Wie OP ist denn das? Warum ist die Animation so krass? Mit dieser Rakete da. Und mein Angriff... Der arme Vogel wurde weggenugt. Und mein Angriff wirklich geskippt? Oder habe ich verfehlt? Oder ist das Ding auf Null? Also kann sein, dass du mittlerweile durchgebaucht hast, ja. Ich kann nicht verfehlen. Der Angriff kam doch nicht von mir. Nee, aber das kann so fehlschlagen, wenn das zu offen ist. Da kommt er jetzt erst, guck mal. Ja, nee, da habe ich wieder ausgewählt. Ja. Vielleicht, du bist ja der Schnellste in der Ding gewesen. So, ich versuche das jetzt mal wegzukriegen. Bitte ein Crit, danke. Na, okay, dann nicht. Ja, schon wieder. Was hält denn der jetzt aus? Und wir reden wieder. Bäm! Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? Ihr habt uns hier halt in Geiselhaft, ne? Tschüss, auf Wiedersehen. Du weißt, dass du jetzt keinen Schaden mehr machst, ne? Der Hammer ab, der mir auf der Match macht. Nee, nee, macht er ja nicht mehr. Nein, du hast deinen Angriff die ganze Zeit gesenkt gekriegt. Ich weiß nicht, was du erwartest. Hallo, ihr habt mich... Ja, ich weiß nicht, wie lang. Ja. Hä? Bist du raus, Piz? Nein, ich meine, wie oft... Also, wie stark? Ja, das ist egal. Hast du drei Mal gemacht oder so? Ja, das reicht doch. Ja, vielleicht keine AP mehr. Das ist egal, 50. Hm. Du machst gar nichts mehr mit Relaxung. Doch, hübsch aussehen. Das war schon vor meinem Schwächen nicht der Fall. Auch Relaxo ist schon sexy. So ist es nicht. Oh, Drari! Ich würde das eher als einen Vogel sehen. Warum wechselt Baloui das jetzt nicht aus? Ich hoffe, er wechselt es aus. Na gut. Einen Gesteinsvogel übrigens. Tschüss. Was hast du denn für drei Pokémon dabei? Ja. Extra nach Themengebiet ausgewählt. Als ob das daneben ging. Geklapst. Miri, hat dein Pokémon Schwebefliegt ist. Also kann ich Erdbeben machen. Fies von dir. Gar nicht? Warte, ich denke schon. Ja, sollte okay sein. Tu, was du nicht lassen kannst. Oh, ah, man sieht es sogar in der Kampfauswahl. Ich hätte gar nicht fragen müssen. Tut mir leid. Hab gespoilert. Oh, jetzt hat er... Weich legen! Was hat er übrigens Späte? Oh. Heute ist doch ein Tag des Crits, oder? So oft wie ich gecritet wurde, jetzt schon wieder, ne? Items für welches Pokémon von Baloo soll ich mich opfern? Das ist halt echt eine gute Frage. Relaxo ist schwierig wegzukriegen. Die sind alle drei Tanki. Ich mach mal. Ich kann es dir nicht sagen. Wirklich legit nicht. Alle drei Pokémon von Baloo sind insane Tanki. Ich bin nicht bei da, du, bei drei Items, Mann. Relaxo macht mittlerweile kein Damage mehr. Noch? Sobald er wieder eingewechselt ist, ist alles, was du gemacht hast, weg. Deswegen hatte ich ja ausgewechselt, meins. Sonst wäre mein Attack noch weiter gesunken gewesen. Deswegen konnte sie danach mit den Heulern... Also ich bin nicht so sehr gesenkt, wie dein Pokémon war. Ich bin schneller als Miri, ne? Als Miri nicht, ne. Das hätte ich mir denken können, das hätte ich mir klemmen können. Oh nein. Was ist denn jetzt? Mach keinen Schaden. Huh. Ich auch nicht im Übrigen, da. Aber Ralu hat mir die Schaden gemacht. Ja, okay, dann mach Monte Cabo weg. Ich kann mich auf wen anders konzentrieren. Wen anders? Dann versuchen wir mal was. So, Ralu und Miri, vielleicht müssen wir schon ein paar Minuten vorher aus dem Boys raus. Also nicht aus dem Kampf, aber aus dem Boys, wenn ich schon mal dann... Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ist in Ordnung. Aber klar, ich dachte, wir schaffen es schneller. Zu viel Angriff gesenkt. Was ist denn items? Items doch Stahl, oder? Nee. Stahlboden. Vielleicht bin ich auch Wasserkäfer. Kill es irgendwie. Wasser, Mann, warum ist das denn Wasser? Das ist halt nicht fair. Ich weiß nicht, dass das Wasser ist. Aber... Das ist also erstmal... Also, es sieht auch schon aus, so ein bisschen wie ein Stahlkäfer. Ein bisschen, ja. Oh, ich hätte gesagt, so Stahlkäfer, visuell. Ja, toll. Stahlkäfer, ja. Bist du gegen den effektiv? Müsst du vielfach effektiv gegen den effektiv? Gegen Prokoloss sein mit Wasserdurchstoß. Die Frage wäre schnell. Zwischen uns beiden? Ich. Tschüss. Tschüss. Tja, du, tschüss. It is me. Oh. Schade, schade. Ich wusste, dass der auf mich geht. Oh, aber er macht auch gut, Sian. Ja. Äh, hab ich schon gedacht. Schwierig. Scheiße. Ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht. Ich konnte das nicht. Nehmen wir mal. Warum ist denn der so schnell ein Stell, Mann? Miriam, aber schon mal vielen Dank. Ja, gleichfalls. Ja. Sehr viel Spaß. Viel Spaß. Gern wieder. Nur nicht mit Zapdos. So, ich bin schon mal drüben. Bis später. Bis gleiche. Ja, ich bin auch schon mal drüber. Ja, geht ihr mal. Wiedersehen. Wir können uns jetzt absprechen. Ja, ja. Tschüss. Also, du weinst und dann weine ich, okay? Okay, ich weine. Da spiel ich mal jetzt noch Gigastoße drauf. Was soll ich sonst tun? Ich habe seine Spezialverteilung gesenkt. Hast du den spezieller Angriffsattag? Nein, ich habe einen Hammer. Ja, den Hammerarm. Bist du speziell? Hast du eine Normalattacke, die Schaden macht? Ja, der Gigastoß jetzt hier. Ja. Geh damit jetzt auch. Damit hast du halt Step. Es reicht nicht. Unfassbar. Es reicht, Alter. Das Ding ist halt auch echt OP. Mein Herren. Schon stark, das Teil. Es ist OP. Es ist sehr OP. Ja, das, ähm... Ich dachte, das Stein-Pokémon wäre effektiv gewesen. Aber ich dachte, ich wäre ein bisschen schneller, weil items vorhin nachgekommen hatten. Nein, ach Quatsch. Wenn du so ein Stein-Pokémon hast, dann ist das quasi immer das Langsamste auf dem Feld. Die sind nie schnell, die aussehen wie Steine. Kleinstein, Georock. Alles langsam. Oha. Hast du noch eins, das ist dein letztes? Das ist mein letztes. Ja. Meinst du, das ist... Klar. Ja, sehr gut. Okay. Na dann, der Hammerarm macht Eide Dalu instant weg. Aber ja, versuche ich mich natürlich jetzt noch runterzuhauen. Fies ist das. Schon wieder geheulert. Der macht seine Taktik nach. Du kannst dich nicht wehren. Okay. Aber du bist langsamer als ich, gell? Ich bin langsamer. Wie viele KP hat er noch? Weil dann würde ich ihn einfach light teilen. Das ist ja effektiv, aber kein Plan. Ja, ja, mach das genau. Theoretisch sollte ich... Also ich kann ja nicht mehr auswechseln, um die Schwächung rauszunehmen. Ich weiß. Ich kann auch nicht auswechseln. Aber Dalu hat auch noch drei Pokémon, ne? Oh ja. Hier, guck mal. Jetzt reicht das doch. Oh. Ist das nervig. Wenn ich eine Beere hätte. Ich habe noch hier diese Giftattacke, aber dafür hätte ich eine Beere gebraucht. Die weg. Nein. Ey, das kann doch nicht. Ich mache so wenig Schaden nur noch. Das ist fies. Der 1 KP-Flug. Leider ist das ja schneller, als wir beide. Ja, das stimmt. Das ist fies. Oh. Wild. Er ruft zurück und ich kann nicht mehr auslaufen. Jetzt kommt irgendwas krasses. Pff. Das ist schön schön. Auch wild. Du haust mit Hammerarm auf das Arme. Ja, so ein Hammer. Bats. Ja, das ist... Das ist das Einzige, was ich machen kann. Der will das noch weiter reduzieren. Der wird jetzt noch weiter meinen Angriff senken. Ja. Bis du wieder keinen mehr hast. Du hast deinen letzten Bänger raus. Und dann ist es vorbei. Du hast keine Spezialattacke auf dem Relax, oder? Nein. Das ist fies. Rülpser, aber dafür bräuchte ich halt eine Beere. Bist du schneller als er? Nee. Leider nicht. Das ist doch... Das ist fies. Und dann holt er gleich zum letzten, holt er dann seinen Dings mal. Oder es ist nur ein Kikugi. Okay. Ich kann halt meinen Angriff noch steigern. Ich kann einmal Bauchtrommel machen, aber dann habe ich 50% AP verloren. Ja, das ist halt nicht gut. Oh nein. Ich kann nichts dagegen tun. Du hast gar nichts dagegen. Dagegen habe ich gar nichts. Wenn ich dann gleich weg bin. Ich hoffe, er macht mich nicht weg. Aber du kannst... Du bist halt langsam. Das heißt, Bauchtrommel erhöht das auch Initiative oder nur Angriff. Nur Angriff, ne? Ja, aber nützt mir ja nichts. Nein, nein. Für das nächste Pokémon. Weil es würde jetzt eh nichts bringen. Deswegen könntest du voll Risiko spielen. Aber wenn er dann sowieso schneller ist, ist auch egal. Aber bitte treff ihn. Ich bin schneller, also alles gut. Okay, damit haben wir gewonnen. Warum? Er hat... Achso, er hat noch den Elefant, ne? Ja, ja. Und er hatte keine AP mehr. Sehr gut. Erstmal Angriff boosten. So muss das. Nachdem er die ganze Zeit meinen Angriff gesenkt hat. Ja. Muss ich mir jetzt... Das ist die Rache. Ja, so. Krieg da den Hammer auf den Kopf. Und dann war's das. Genau, hau ihm den Hammer auf den Kopf. Sehr schön. Aber du bist schneller. GG. Gut gesaved noch. Puh, okay. Es steht im Prinzip 3-2, ne? 3-2. Ja, wir haben es nicht so schlimm gemacht. Wir haben so schade, nicht ganz so. Ja, ja, ja. Aber zwei Kämpfe waren auch nicht fair. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Zwei waren nicht okay. Ja, ja, definitiv. Ja, ja, definitiv. Ja, dann eben. GG oder so. Genau. So, die Hörsens war nicht mehr, aber ist egal. Genau. Genau.